Herzlich Willkommen zurück bei GTA 5. Das letzte Mal haben wir die Autos von Franklin getunt. Wir haben jetzt hier die Standardkarren ein bisschen auf Vordermann gebracht und wir haben hier natürlich zwei wunderbare Autos in unserer Garage. Der Zentone ist natürlich mein absolutes Favorite. Das Ding ist schon geil. Jo, wir haben Michael, wir haben Franklin, jetzt fehlt natürlich noch der gute Trevor. Und ich sollte aus dem Haus gehen um... Nein, das wollte ich gemacht haben. Und zwar gucken wir mal bei Trevor vorbei, denn der kann noch ein paar Sachen kaufen und der kann auch noch Autos... Upgraden. Der gute Trevor hängt versoffen auf dem Friedhof rum. Was erwartet man auch sonst? So, oh ja, wir haben... Oh... jetzt erstmal bis auf ein Auto fahren. Wir können es uns ja leisten. Als Trevor können wir uns alles oder so alles leisten. Und... Gut, Trevor kann hier in der Stadt erstmal hier ein bisschen was kaufen. Und früher oder später können wir auch bei ihm Autos upgraden. So... Boah... 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 Also bis auf ein Auto fahren in GTA ist... ... richtig schlimm. Mach das bitte nie nach in echt. Ja, ja. So, nee, ähm... Lassen wir das. Da denken wir nicht mal drüber nach. Zum Glück werden die Jungs hier relativ schnell nicht rum. Dave Norton schreibt uns. Was? Okay, der hat was zum Bodenwagen gebracht. Was haben wir hier wieder bekommen? Spam. Dann die Überweisung. Dann... Dann... Jetzt müssen wir uns mal dargucken. Meine Freunde, wir sind uns nicht begegnet. Kennen wir das schon? Aber ihr und eure Kumpel habt mir große Probleme bereitet. Ich glaube nicht, dass unsere Freundschaft viel Zukunft hat. Ja, das kennen wir glaube ich schon. Haben wir schon beim anderen gelesen. Dave Norton. Brad. Nur damit das klar ist, Kumpel. Ich habe diese Brad-Mails geschrieben. Alle. Ich werde deine Geheimnisse für mich behalten. Und jetzt beruhig dich und hör auf, so ein beschissener Freak zu sein. Dann wollen dich die Leute auch nicht los sagen. Du musst hierauf nicht antworten. Bleib mir vom Leib. Dave. Ja. Und Trevor... Ich kann sie jetzt erstmal... Hier unten noch einkaufen. Da haben jetzt dann praktisch alle ihren... Ihre Bootslots. Da kann ich natürlich auch noch schicke Boote hinstellen. Allerdings werde ich das glaube ich nicht für alle Charaktere machen, sondern... Wahrscheinlich nur für Michael oder Franklin. Ich glaube auf Dauer spielen wir Michael weiter insofern. Ja, mal ziehen. Keine Ahnung. Muss ich... Ja. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Erstmal gilt, wie gesagt, auch hier die Kohle unterzubringen. Bevor wir sie nicht mehr haben. Das ist immer... Dasselbe Prinzip. So. Hoppla. Ein Trevor's Curry hier ist auch immer so... in der besten Form. Na ja, ich wollte gerade sagen, die Abkürzung hier ist gut, aber mit den Schildern muss man hier... ziemlich abbremsen. Dass man da nicht dagegen... donnert. So, hier unten gibt es eine Garage, denn Spot kann ich noch gar nicht. So, Fahrzeuge, die du auf Webseiten kaufst. Ja, ja. Klar. Ich kaufe natürlich Fahrzeuge. Erstmal hab ich natürlich alles geklaut, was man nur klauen kann. Ich meine, wir sind ja nur sparsam. Das ist Finanzmanagement. Und Dinge zu klauen, anstatt sie... zu kaufen. Vor allem in dem Spiel. Gut. Also jetzt hat er sich hier wirklich allen Blödsinn zusammengekauft. Right. Hier kann er nichts mehr. Das ist zu teuer. Das wissen wir ja. So, das heißt... Das hier kann er sich gar nicht kaufen. Ist auch interessant. Das wollte ich eigentlich übrig lassen. Also im Endeffekt kann er... Nur noch das da oben kaufen. Sehe ich das richtig? Wartet mal. Also hier haben wir alles. Außer das zu teure und das zu teure. Äh... Ja genau. Er kann nur noch das hier oben kaufen. Den... Was? Ach, das ist doch die... der... der Flugplatz da. Das heißt aber auch, dass wir so schneller hinkommen. Direkt mit dem Flugzeug. Das heißt, wir können uns da gleich praktisch eins... eins einspeichern sozusagen. So, jetzt kriegen wir natürlich von denen wieder Spam. Blablabla. So. Gut. Auch interessant, wie jeder so seine Spezialgebiete hat. Also Michael kann vor allem... also die... nur dieses Kino-Ding da kaufen. Äh... Franklin kann nur hier... Blue Centers Customs kaufen. Und Trevor... kann sich nur diesen Flugplatz holen. Also die... Spezialisierung kommt schon noch durch. Was auch... irgendwo gut ist. Denn so hat man einen gewissen... Zwang auch mal mit... mit Trevor zu spielen. Wenn nur... der feine Herr... Flugzeughangars kaufen kann. oder den Flugzeug kann da. Den großen... hier hinten... konnten ja alle kaufen. Hä? Ah. Da wird er. Unsichtbar. So. Was fahr ich hier eigentlich wieder? Naja. Der lässt mich freiwillig rein. Dass ich dann Sterne kriege. Was ist das denn wieder für eine Logik hier? Die Logik besteht in der Abwesenheit der Gleichnamigen. Dieses Ding war zu groß. Damit kommen wir da glaube ich gar nicht rein. Also in unseren Hangar. So. Guck mal da. Wie ich ausweichen kann. So ein Ding könnten wir uns holen. Ne. Dann nehme ich lieber so einen Doppelpropeller. Aber... Bitte? Habe ich mich jetzt gerade selbst überfahren? Keine Ahnung, ob das... gescheit kommt mit dem Mikro, aber... Hey! Profis am Werk. Also... Ein Profi... am Werk. Naja. Wie oft ich schon aus diesem Krankenhaus hier gekommen bin, ist auch... nicht mehr feierlich. Nein! Die Karre hier sieht auch gut aus. Das wäre was für Trevor mit Ritschen. Dass er seine Leichen... durch die Gegend transportieren kann. Und der Regen sieht verdammt gut aus. Guck dir das Mann hier. Doch, das sieht schon gut aus. Habe schon lang keinen Regen mehr erlebt im GTA. Deshalb... Hebe ich das grad so hervor? So... Gegenverkehr. So, jetzt bei Gewitter fliegen. Wäre natürlich auch mal eine ganz andere Atmosphäre. Haben wir glaube ich auch noch nicht gemacht. So, dann hoffen wir mal, dass das Wetter so beschissen bleibt. Und die Karre hier ist wirklich gut. Die wäre echt was für Trevor. Wir werden sie natürlich gleich verlieren. Natürlich. Bremsen, 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 bremsen... Bremsen. 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 So... Einmal rum. Und... Ja. 240pn 299. Auch ein nettes kann sein. Huch. Sehr interessant. Wie wir da hängen geblieben sind. Oh, ich hoffe das Flugzeug ist noch da. Ist ja das, was wir wollten. Boah. Hier stehen richtig die Pfützen. Boah, das sieht schon krass aus hier. Okay, wir haben hier den Jet, der viel zu groß ist. Wir haben hier gar nichts mehr stehen. Wir haben hier eine einmotorige Maschine. Wird allerdings, wie gesagt, erstmal die zweimotorige bevorzugen. So und diesmal steigen wir vielleicht ein bisschen intelligenter aus. Kuban. 800. Huch. Oh geil, Verfolgung gleich mal. So. Mach die Tür zu. Huch. Äh, ja. So. Bitte machen Sie die Landebahn frei. Ähm. 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 Warte mal. Oh, das ist doof, jetzt habe ich Hilfe. Äh. Äh. Oh, das ist doof. Hat sich bei mir die Taschenbelegung geändert. Warte mal. Das ist alles gerade nicht mehr. Ich habe doch hiermit immer. Hä? Ah. So war das, genau. Okay. Was? Willst du mich verarschen? Schießt doch nicht auf mich. Mann, Mann, Mann. Wo diese aggressiven Bullen gegen das Fahrwerk... Ah. Er kann doch nicht ewig an meinem Arsch hängen. Wieso langsam? Na, warte ab, du sagst, du. Ich kriege ich schon noch los. Die Frage ist, wie gut müssen wir fliegen? Ah, so gut. Ich dachte, ich muss jetzt noch mit richtig harten Stunts anfangen, bevor wir den los haben. Haben es zum Glück jetzt schon hingekriegt. Ja, weil jetzt sollte ich mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Was? Warum steht jetzt hier, er hätte sich das schon gekauft? Ach, weil es da da unten ist. Ups. So, dann einmal beidrehen. Na, na, na. So. Heute gibt es mal wieder Turbulenzen. Nein, ich mache kein Blitz draus. Das war mein voller Ernst. Und. Okay. Oh. Ein Licht haben sie uns schon mal kaputt geschossen. Aha. Warte, finde ich die... Wow, außen an sich doch irgendwo besser. Krass, wir schon wieder abgedreht haben. Ich glaube, so oder so, dass ich ein bisschen hier rüber muss. Um dann direkt auf die Landebahn zu kommen. So. Äh. Ja. Boah, das sieht gerade komisch aus, so mit den Wolken. Hinten mit diesem Rand, das ist durchaus komisch. Ist aber, glaube ich, jeweils das Meer, oder? Oder sind das dann dickere Wolken, kompaktere Wolken? Okay, wir sind jetzt hier, an dem großen Flugfeld, müssen dann über den See. Und dann können wir landen. Gut. Gehe ich schon mal ein bisschen runter. Oder? Sehe ich das gerade richtig? Genau, das heißt, ich drehe jetzt hier dann ein. Oh, ich bin tatsächlich viel zu hoch. Viel zu hoch. So, ich soll vielleicht mal mit dem Fahrwerk und dann hier mal ein bisschen gucken, dass das was wird. Ah, so. Gut. Dann fahre ich den gleich mal rein. Lassen wir eigentlich auch zwei rein. Gucken wir mal. Könnte knapp werden. Toll. Und mir fällt gerade auf, dass ich nicht offline gegangen bin. Dann zieht man, wenn andere Leute online und offline gehen. Ganz toll. Oder irgendwelche Spiele spielen. Das ist, äh, doof. Tink, tink. Hey, Tee. Hey, wassup, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know. I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to Mexican criminals, so someone's gotta snap it. Oh, yeah. They need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Well, that's our freedom's gift to the world, huh? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. We make a couple drops, we come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export store. Ah, okay. Hey, I'll be on the radio, man. That's great. Okay. Du hast den McKenzie Feldhangar gekauft. Dieses Unternehmen sammelt Waffen und transportiert sie von und nach San Andreas. Du erhältst 5000 für die Straßenlieferung und 7000 für die Luftfrachtlieferung plus Bonus für gute Arbeit. Benutze das Fahrzeug oder den Buggy, um eine Lieferung zu erledigen. Immobilie gekauft. Gut, dann machen wir unsere Markierung hier weg. Oh, so. Das heißt, Trevor kann jetzt gar nichts mehr kaufen. Und wenn wir schon mal hier sind, an diesem Hangar, würde ich sagen, wir nutzen die Zeit und ich gucke gleich mal, dass wir hier anfangen mit so einer Mission hier. Mmh. Oskar! Tee! Oh, du bist auf der Bühne. Ich mag das. Ich glaube. Okay, das Flugzeug ist custom-fittet für Package Drops. State-of-the-art Radar, Secure Radio. Es ist schrecklich, Mann. Really? Weil es sieht aus wie ein Kind für ein Projekt gemacht hat. Du bist nur ein typischer, klassisch, Light-Aercraft-Enthusiast. Enjoying seine Midlife-Crisis. Low-profile. Mein mittel Name. Okay, Radar ist funktioniert. Wir sind auf der Schiene hier. Wir haben zwei Gelegenheiten. Ich pute in die Koordinaten. Du machst die Drops. Du kommst da. Easy. Roger! Oskar! Trevor!